Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Heute gibt es ein kleines kurzes Gadget Video. Ich bin mit dem Quad unterwegs. Ab und zu ein bisschen anhalten, Fernglas rausholen. Und das mache ich öfter hier auf dem Hausberg, 800 Meter hoch. Man hat eine schöne Aussicht auf den Main-Taunus-Kreis. Frankfurter Skyline ist auch da und das Wetter passt. 15, 16 Grad, Sonne ist draußen, wenig Wolken, sehr angenehm gerade. Und ja, ich werde euch ein kleines Gadget vorstellen, was ich auf Instagram entdeckt habe. Beim Flo von Team Mountain Gorillas. Account findet ihr unten in der Beschreibung. Oder ich werde es hier ins Video direkt einblenden. Und zwar sind das hier diese Neopren-Cover für Gaskartuschen. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich bin ja schon ein paar Jahre unterwegs. Und die Gaskartuschen habe ich eigentlich nie abgetarnt. Beziehungsweise auch in gedeckten Farben gehalten. Hier die Winterkartusche von Primus. Die ist ja schon braun, da ist es nicht ganz so tragisch. Aber wenn ihr hier die kleinen roten Sommerkartuschen habt oder die großen in Neon-Grün, dann ist es schon so ein kleiner Schandfleck im Camp. Und deswegen war ich froh, dass ich das dann beim Flo entdeckt habe. Habe ihn direkt gefragt, wo er das bestellt hat, wo er das her hat. Habe ich bei ASMC bestellt. Klein, mittel und groß. Für alle Größen von Gaskartuschen. Finde ich sehr praktisch. Neben dem Taneffekt habt ihr natürlich auch den Effekt, dass es ein bisschen isoliert. Das heißt, die Gaskartusche wird weniger kalt. Und wenn ihr sie über Nacht draußen stehen habt, habt ihr natürlich auch keinen Frost auf der Kartusche. Und finde ich sehr praktisch. Finde ich cool, dieses Gadget. Ist auch relativ günstig. Ich werde euch den Link unten in die Beschreibung packen. Und jetzt, wenn es kälter wird, ist das für den einen oder anderen ziemlich praktisch, denke ich. Vielleicht ist ja noch einer von euch dabei gewesen, der das auch nicht auf dem Schirm hat. Und ja, deswegen wollte ich das euch jetzt mal zeigen. Ich hoffe, das Produkt gefällt euch. Schaut es euch mal an. Grüße gehen raus und danke für den Tipp. Ich werde jetzt hier einen Field Meal kochen. Ja, das Wetter genießen, die Sonne genießen. Es ist ja immer wichtig, ein bisschen Sonne einzufangen. Sonst kriegt man immer Depressionen im Winter. Also ich zumindest keine Depressionen, aber ich kriege immer schlechte Laune. Da bin ich so, ja, habe nicht so den Antrieb im Winter, wenn es grau und dunkel wird. Und vor allen Dingen frühdunkel. Und deswegen nutze ich, ja, jeden Sonnenstrahl, der sich so zeigt. Das mache ich heute noch, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, ganz kurz und knackig. Ist ja auch nicht schlecht. Die Leute haben eh keine Zeit, längere Videos zu schauen. Oder ihr habt nicht so viel Zeit, längere Videos zu schauen. Deswegen schaut es euch an. Finde ich cool. Genug gelabert. Freunde, ich lasse es mir jetzt schmecken. Habt eine gute Zeit draußen. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Also, ciao, Jungs. Meine Hoffnung. Ich habe noch bis bald. Höstенно. Du bist bald. Bis bald. Mann Dreyer. Hurseen.